Herzlich Willkommen zu einem neuen FIFA 16 Pack Opening und ihr könnt es hier links oben sehen. Ich habe 7500 FIFA Points, heute werden wir für 2500 FIFA Points Packs ziehen. Und wir haben hier natürlich noch ein richtig krankes Team of the Week am Start. Wir haben hier Benzema88, Manzukić, Özil, Gareth Bale, Verratti und noch viele, viele geile weitere Spieler. Und wir starten natürlich rein. Wir werden heute 15k Sets und 25k Packs ziehen. Und falls ihr mehr Pack Openings sehen wollt, lasst doch einen Daumen nach oben da, dann kann ich das natürlich an den Bewertungen erkennen. Und wir starten jetzt einfach direkt rein, ohne lange herumzureden, mit dem ersten Pack. Das ist ein 25k Pack und in diesem Pack ziehen wir eine Non-Rack-Karte. Das zweite Set wird ein 15k Set sein und das werden wir mit dem Hut hier öffnen. Okay, das haut schon mal hin und dann setzen wir natürlich auf, das ist der Packlack-Hut. Wir hoffen natürlich, dass wir jetzt auch Packlack haben. Nein, 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 ich glaube es nicht, nein. Das ist kein Fake, nein. Alter, Gareth Bale, 95er, FDU, ich komme. Das ist mein erster geiler Spieler in FIFA 16. Ich glaube es wirklich nicht jetzt, Jungs. Ich glaube das nicht. Ich glaube das nicht. Ihr denkt wahrscheinlich alle, es ist Fake. Jungs, es ist wirklich wahr. Alter, ich komme gerade gar nicht zurecht. Gareth Bale. Halt's Maul. Nein. 650.000 Münzen, Jungs. 650.000 Münzen. FGU-Pack-Reaktion, ich komme. Alter, ist das krank. Nein, ich glaube das nicht. Alter, es kommt einfach in Form. Ich glaube es einfach nicht. Schaut, Jungs. Kann man das erkennen hier? Ja, schaut, schaut bitte. Kein Fake. Links, rechts, links, rechts. Alter, mein Herz bleibt verstehen. Jungs, Jungs, Jungs. Wir ziehen einfach mal Bale in Form. 88er in Form. 95 Tempo, 86 Shooting, 85 Passen, 86 Dribbling und 82 Physis. Jungs, alter Verwalter. Jetzt haben wir Coins. Bis jetzt haben wir richtig viele Coins sogar. Okay, Jungs. Ich stelle ihn erstmal auf die Transferliste. Ganz, ganz cool bleiben. Alter, wie krank ist das? Das ist der erste richtig geile Spieler in FIFA 16. Das ist einfach mal Bale. Alter, wie krank ist das denn? Ähm, Transferliste. Ähm, wo ist mein Handy? Mein Handy, wo ist mein Handy? Ich habe gerade keine Ahnung, wo mein Handy ist. Ist aber auch... Ich zeige euch das jetzt hier nochmal. Erstbesitzer. Einfach mal Erstbesitzer. Ich habe vergessen, ein Bild zu machen. Das ist natürlich blöd gewesen. Aber Erstbesitzer. Nein, nein, nein. Ja, Jungs. Gareth Bale gezogen. Und ich würde sagen, wir schauen uns einfach die nächsten Packs an. So, Gareth Bale erstmal reingestellt für 645.000 Münzen. Das ist einfach nur krank. Hier nochmal Erstbesitzer. Und wir schauen uns jetzt direkt die nächsten Packs an. Ah, das ist eigentlich der Päckler? Gut, ich glaube schon. Deswegen setzen wir ihn einfach direkt nochmal auf. Ich glaube, es war wirklich der Päckler gut. Und wir schauen direkt rein ins nächste Pack. Und da ist ein Non-Rat drin. Das ist mir aber so scheißegal. Wir ziehen hier wieder ein 15k Set. Und diesmal machen wir einfach gar nichts. Wir sitzen einfach nur da und schauen aufs Pack. Gündogan ist ganz okay, muss man sagen. So, jetzt öffnen wir mal wieder ein 25k Set. 1000 FIFA Points haben wir dann noch. Und das ganze Pack skippen wir jetzt einfach mal. Wir bekommen Khedira und Zuma. Jetzt öffnen wir noch 315k Sets. Alter, ich bin einfach so gehypt. Einfach mal Bareth Gale, sage ich schon. Gareth Bale inform gezogen, natürlich. Und jetzt ziehen wir Berardi. So, das vorletzte Pack öffnen wir jetzt auch direkt. Es ist mir einfach so egal, was wir jetzt ziehen. Denn wir haben einfach mal Gareth Bale inform gezogen. Ich glaube es einfach nicht. Ich glaube das einfach nicht. Und das allerletzte 15k Set wird nochmal ein FIFA All-Stars Energy Pack. Hier könnt ihr den ganzen, den Energy sozusagen sehen. Ja, wir öffnen den natürlich erstmal. Nehmen einen günstigen, guten Schluck. Keine Ahnung, was ein günstig, guter Schluck ist. Auf jeden Fall öffnen wir das dann auch direkt mit dem Energy Drink. Kommt nochmal ein geiler Spieler. Ein geiler Spieler. Non-Rare Higuain. Ja, Freunde, das war es auch schon wieder mit dem Pack Opening. Ich bin einfach so überglücklich, dass wir mal einen geilen Spieler gezogen haben. Wir haben Gareth Bale inform gezogen. Er hat sich mittlerweile noch nicht verkauft. Die können wir hier auch noch reinstellen. Vielleicht sind die noch ein bisschen was wert. Und ja, Freunde, demnächst wird es kein Video zu Gareth Bale geben. Denn das ist ja nicht mein Account. Das heißt, ich verkaufe den jetzt und dann transferiere ich die Coins natürlich auf meinen Hauptaccount. Aber so viele Münzen einfach mal mit einem einzigen Pack. Vor allem, es war das zweite Pack. Und ich glaube, es war das Pack mit dem Irland-Hu. Das ist einfach so genial. Ich hoffe natürlich, dass wir vielleicht auch zu FGU in die Pack-Reaktionen reinkommen. Also, das wäre schon richtig krass. Lasst mir bitte gerne einen Daumen nach oben da. Also, 100 Likes müssen für Gareth Bale einfach drinnen sein. Ist einfach so eine geile Karte, Alter. Schaut sie euch einfach an. Hier nochmal Erstbesitzer. Ja, Freunde. Und ja, dann weiß ich nicht, was ich sagen soll. Ich verabschiede mich. Ich bedanke mich, wie gesagt, bei jedem fürs Zusehen. Ja, Gareth Bale inform. Danke EA. Danke FIFA 16. Und dann sage ich auch schon wie immer. Ciao, Leute. FIFA Allstars. FIFA Allstars. Bis zum nächsten Mal.